... der Ärmsten, der Ärmsten, denen wir unser Essen wegkaufen. Die Ukraine-Krise hat dies in aller Deutlichkeit aufgezeigt. Viele Länder Afrikas und Teil Asiens können die gestiegenen Kosten nicht mehr aufbringen. Noch mehr Menschen als so schon die 850 Millionen werden unter den Folgen des Ruhers Leiden ja sogar sterben müssen. Die Ukraine-Krise Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.